Aus diesen vielen Gesprächen habe ich auch mitgenommen, dass es so eine Sehnsucht gibt auch wieder nach Hoffnung und nach Zuversicht. Da sind wir auch mit den Wahlen am Sonntag gefordert, Österreich wieder an die Spitze zu bringen. Und ich kann euch eines versprechen, dass wenn wir diese politische Auseinandersetzung mit dieser Leidenschaft auch weiterführen, wie wir sie geführt haben, dann haben wir eine gute, eine bessere, eine sozialere und eine gerechtere Zukunft vor uns. Es lebe die österreichische Sozialdemokratie.